The East to the West, up north to the down south, down south, can't do it, can't do it. Swingin' on things, down the gangbangs, swingin' on the trains, you can't do it. The East to the West, up north to the down south, down south, down south, can't do it. Hi, ich erzähl euch jetzt mal, wie es läuft hier im Viertel. Wisst ihr, hier in der Gegend ist nämlich jeder eine Zielscheibe. Das stimmt nicht. Ich werde euch jetzt mal klar machen, was wirklich im Viertel abgeht. Hier in South Central werden die meisten von uns nicht älter als 21. Happy Birthday, mein Alter. Für mich? Ja, klar. Happy Birthday, alter Junge. Für mich? Ja, du darfst dir was wünschen. Oh mein Gott, nein! Nein, nicht mein Baby! Ich weiß, du würdest mir sowas nicht antun, oh nein! Oh mein Kleiner! Oh, mit diesen Jetten hab ich ihn gestillt, oh Herr! Oh, oh, nein, nicht mein Baby! Hey, 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 das ist nicht ihr Baby. Das da ist nicht ihr Baby. Was ist denn das für eine Scheiße? Schöner Tag heute, hm? Ja. Ich sag euch jetzt mal die Wahrheit über das Leben im Viertel. Ich zog wieder bei meinem Vater ein, nachdem ich fast mein ganzes Leben bei meiner Mom verbracht hatte. Trey, ich möchte nicht, dass du auf der Straße rumhängst. Du musst die Schule zu Ende machen. Denn ohne eine ordentliche Ausbildung kannst du eigentlich nur Drogen verkaufen, Zuhälter werden oder als Leibwächter bei Eddie Murphy arbeiten. Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich habe meine Ausbildung, ich habe zwei Jobs angenommen, um für dich zu sorgen. Aber ich kann dir nicht beibringen, ein Mann zu sein. Das wird nur dein Vater können. Jetzt gib mir einen Kuss und sei ein braver Junge. Ich liebe dich, Trey. Ich dich auch, Mama. Werde ich dich wiedersehen? Tut mir leid, Baby. Du weißt doch, es gibt keine positiven schwarzen Frauen in solchen Filmen. Entschuldigung! Mein Vater versuchte sein Bestes, mich zu erziehen. Dummerweise war er nur ein paar Jahre älter als ich. Ich habe euch doch gesagt, ich will euren Wachtraum nicht. Hey, was gibt's, Nigga? Hey, hallo, Paps! Wie geht's denn so, Mann? Wie geht's dir? Oh, Mann. Lass dich mal ansehen, du siehst echt klasse aus. Und du erst, Mann. Du bist viel leicht gewachsen. Tut, was man kann. Das letzte Mal warst du ungefähr so groß. Stimmt, die haben dich nicht mal auf dem Karussell mitgenommen. Wir mussten dich ins Kinderland bringen. Ja, aber jetzt ist ja alles in Ordnung, oder? Hey, ich wollte gerade ein bisschen frühstücken. Willst du auch was? Nein, ich bin voll. Ich hatte gerade zwei Lutscher. Nicht dein Ernst? Doch. Oh, cool, Mann. Komm doch rein. Oh, bitte lass mich das machen. Du bist Gast in meinem Haus, Junge. Mach's dir gemütlich. Hey, sind das deine Drähte? Ja. Shit, die Dinger werd ich mir schnappen. Hey, es ist so schön, dich wieder hier zu haben. Ja. Tja, ich muss noch ein bisschen was für die Muskeln tun. Also, mach's dir bequem, Mann. Okay, cool. Hey, 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 hey. Hey, platzier dein Hintern schön auf der Plastikfolie, okay? Hör zu, Trey. Wenn du hierbleiben willst, musst du ein paar Regeln befolgen, damit wir uns nicht in die Wolle kriegen. Du brauchst auf keinen Fall mein Shit. Du wirst auch mein Fusel in Ruhe lassen. Und wenn du irgendeine von diesen Nutten mit nach Hause bringst, sorg dafür, dass ich sie zuerst bumse. Äh, und dann, äh, werden da noch Hausarbeiten. Hausarbeiten? Ja, genau, Hausarbeiten. Hör mal, das wird hier keine Gratisrunde. Äh, du suchst meine Matchbox-Autos zusammen, du wirst meine verdammten Computerspiele ordnen und du wirst meine Hausaufgaben machen. Du willst doch so ein Klugscheißer sein. Und abends möchte ich, dass du mir ein bisschen die Sackhaare rasierst. Hey, 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 Sekunde. Kann ich dich mal was fragen, Pap? Ja. Was machst du denn dann den ganzen Tag? Hey, Nigga. Ich muss gar nichts machen. Meine Mom kümmert sich um mich. Hör zu. Ich weiß, du meinst, ich bin streng mit dir, aber ich will dir nur ein bisschen Verantwortungsbewusstsein beibringen. Du hast recht, Pap. Ja, klar. Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Rasierst du mir den Nacken aus? Kleiner, das wird dich mindestens 13 Dollar kosten. 13 Dollar? Hey, ich bitte dich, Mann. Der Spanier die Straße runter nimmt nur sechs. Gut, dann schieb deinen Arsch zu ihm und lass dir die Birne versauen. Nein, ich, äh, ich werde es dich machen lassen. Hey, ich muss dich mal was fragen. Was ist? Bist du noch Jungfrau? Natürlich. Na ja, da war mal so ein Kerl, der, der hat mir in den Arsch gewichst, aber das war nicht so toll. Hör mal, ich rede hier von Mädchen, Mann. Oh, Mädchen? Ich bitte dich, Papst. Du weißt, da kriege ich schon mal einen Teil. Ich meine, knallt's, äh, knallt's dann auch richtig? Und wie's knallt. Sehr gut. Hab ich dir nichts von meiner Neuen erzählt? M-m. Welche Neue? Oh, ich hab neulich die schnuckeligste braunhäutige Maus dieser Welt abgeschleppt. Sie hatte Spitzenbrüste und super Beine und ihr Hintern war Pau. Ein Ghetto-Arsch. Oh, ja, ja, klar. Ich wusste, sie steht auf mich, weil wir uns tief in die Augen sahen. Also hab ich angefangen, meine Denzel-Washington-Nummer abzuziehen. Yeah. Erst hab ich meine Augenbrauen gebürstet, damit sie gerade sind. Dann hab ich die Haare zurückgekämmt und sie schön glatt und ölig gemacht. Dann hab ich dafür gesorgt, dass ich nicht aus dem Maul stink. Hey, jetzt komm endlich mal zur Sache. Oh, okay. Also pass auf. Eines Sonntagmorgens bin ich zu ihr rübermarschiert. Ihre Mom war gerade in die Kirche gegangen. Wir hatten die ganze Bude für uns allein. Naja, dann haben wir uns geküsst, geleckt und abgeschlabbert. Du weißt schon, ne heiße Nummer abgezogen. Als wir dann oben waren, war's wie im Himmel. Besser als in meinen wildesten Träumen. Tja, aber dann kam ihre Mutter zurück. Anscheinend hatte sie ihre Tasche oder sowas vergessen. Ich schätze, sie konnte den Sex in der Luft riechen. Ich hab ne Überraschung für dich. Und dann wurde es total ausgeflippt. Ehe ich mich versah, wurde die Tür aufgerissen und da stand ihre Mama. Oh, halt ihn gut fest, Baby. Die Mama möchte ihn auch haben. Also hab ich meine Sachen geschnappt und mich verdrückt, so gut es ging. Ja, ich will schwer hoffen, dass du ihre Nummer hast. Die von der Kleinen. Nein, die von ihrer Mama. Die ist genau mein Wetter. Hey, Paps, schneid hinten nicht zu hoch raus. Ach, keine Bange, wir sind schon fertig. So, das war's. Und hier noch was für dich, damit das Haar glänzt und gut duftet. Du bist fertig, Partner. So, jetzt rück meine 13 Dollar raus. Okay, aussteigen, das ist ein Überfall, klar. Nicht schießen. Hey, stehbleiben! Hey, stehbleiben! Gib mir den Wagen wieder! Halt! Oh, Mist. Hey, Mann, hast du ein bisschen Kleingeld? Tut mir leid, ich bin total pleite. Hey, ich geb dir ein paar Cheeseburger, Bruder. Ich will keine Cheeseburger. Oh, bitte, Alter. Ich, ich lutsch dir auf deinen Schwanz. Los, verzieh dich, Mann! Verzieh dich! Es tat mir weh, aufzuwachen und mein schwarzes Volk unter der Ungerechtigkeit und grausamen Realität des Ghettos leiden zu sehen. Ich schätze, obwohl wir frei waren, waren wir in unserem Bewusstsein immer noch Sklaven. Botschaft! Zum Glück war ich nicht allein hier im Viertel. Mein Cousin Lockdog wohnte direkt gegenüber. Lockdog war Amerikas schlimmster Albtraum. Er wuchs in einem Haus auf, in dem drei Generationen, Hoffnungslosigkeit, Armut und Gotteslästerung zusammenlebten. Lockdog! Dreh endlich diese bescheuerte Scheißmusikleiser! Du machst mir hier die Babys noch vollkommen verrückt, du Flachwichser! Das ist immer noch mein Geschissmesserhaus, du Ratte! Welcher Idiot stört er! Tag, Miss Dog. Hey, Ashtray. Wohnst du wieder bei deinem Daddy? Ja. Komm rein. Bestell deinem Knackarsch von Daddy einen schönen Gruß von mir. Ja. Baby, tu mir einen Gefallen und reich mir den Shit rüber. Hey. Willst du ein bisschen Suppe? Nein, danke, ich will nichts hören. Oh, ist Lockdog da? Na ja, der fauler Sack liegt da hinten rum und tut wie immer gar nichts. Okay, dann bis später. Wie du meinst. Hallo, Oma. Hey, du kleiner, aufgefahrener Mädchen von der Chacomere und umarmen deine Oma. Oma. Ja, das ist mein Nigger. Hast du auch brav die Pariser benutzt, die Oma dir gegeben hat? Ja, man, wie geht's dir? Ach, der alten Schachke geht's prächtig, Junge. Abgesehen von der Arthritis in meinem Zeigefinger. Aber ich kann immer noch gut fressen, polieren. Da bin ich sicher. Die Prügel, die ich von den Bullen bezogen hab, haben mich kein bisschen langsamer gemacht. Mhm. Äh, los, komm schon, Kleiner. Zeig mal, was du drauf hast. Och, was soll das, Oma? Sowas kann ich doch nicht machen. Na los, komm schon, Nigger. Ach, wirklich, Oma, das will ich nicht. Ich mag sowas nicht. Deine dritten Zehen haben's aber in sich. Bis bald. Du hast immer noch einen Schlag wie einen Waschlappen drauf, mein Kleiner. Lockdog wollte mir zeigen, wie man im Viertel überlebt. Selbst wenn ich dabei draufgehe. Trey, bist du's? Du solltest dich lieber hier ankündigen, Kumpel, sonst wirst du noch weggepustet. Verdammt. Und versuch bloß, nicht mehr Paranoia einzujagen. Komm her, du Pestbeule. Freut mich echt, dich wiederzusehen. Zeig mir ein bisschen Liebe. Wie geht's, Cousin? Ah, danke, gut. So, jetzt reicht's mit der Liebe. Ich hasse diesen sentimentalen Scheiß. Komm, komm mit. Komm mit. Komm mit. Kurze modische Frage. Soll ich zu dieser Tech-Nine die High-Tops tragen? Oder soll ich zu dieser Uzi meine Low-Tops tragen? Dann trage ich einfach die hier. Hey, Trey, rutsch mal. Es geht das Gerücht um, dass du Penner wieder hier im Viertel wohnst. Ja, Bruder, Mom meckert rum. Sie meint, es wird Zeit, dass ich ein Mann werde. Hey, meine Mom ist mir mit demselben Gesülste gekommen. Geht total auf den Zeiger. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Hey, aber das ist mir egal. Ich hab ihr gesagt, ich will nicht ein Leben lang von der Stütze leben. Ja, natürlich, Mann. Weißt du, was ich meine? Hey, wirklich, Alter. Ich hab viel größere Pläne. Verstehst du? Ich glaube, ich werde mir bald einen Job bei der Post besorgen. Oder vielleicht bei einer Bank. Das schon sehen. Das wird gut, Mann. Richtig hocharbeiten, bis rauf zum Manager. Wir brauchen mehr so schwarze Winde. Verstehst du? Erst lade ich ein bisschen was über das System und dann brauche ich diesen verdammten Scheißladen aus. Pass bloß auf, Leute. Hey, Locke, was ist eigentlich aus deinem Pop geworden? Oh, der verkiffte Nigger hat uns sitzen lassen. Er ist ein richtig fieser Mistkerl. Weißt du, es... Es war ziemlich hart, ja. Im Viertel ohne ein... Ohne ein positives männliches Vorbild aufzuwachsen. Botschaft! Oh, Nigger, jetzt komm. Wir holen Preach und Crazy Legs ab und fahren zu diesem Picknick. Na, komm schon. Verdammt. Das ist vielleicht ein geiles Zeug. Und dass du deinen Arsch am Freitag wieder hierher bewegst. Da kommt nämlich der Sozialarbeiter vorbei. Und ich will weiter Stütze für dich kassieren, okay? Auf zu nerven. Hey, Oma, lass lieber die Pfurken von meinem Dorf, sonst scheppert's. Ach, du mich auch, Nigger. Unser Freund Preach, ein früheres Bandenmitglied, war Aktivist geworden. Aber jetzt ist er total daneben. Hey, Preach, was läuft, Nigger? Ihr müsst endlich mal aufhören, das Wort Nigger zu sagen. Wisst ihr, es sind Ausdrücke wie das Wort Nigger, die die Weißen benutzen, um einer anderen Rasse ihre Selbstachtung zu nehmen. Genau. Oh, erinnere mich dran, dass ich meine Wäsche von dem Reißwasser da oben abhole. Crazy Legs war mal der beste Tänzer im Viertel. Aber jetzt sitzt er im Rollstuhl, nachdem er von einem vorbeifahrenden Wagen aus angeschossen wurde. Wie geht's, Crazy? Hey, was gibt's, Leute? Ich komm gleich, okay? Yeah, wuh! Wuh! Ja, genau, so fängt man den Tag an. Hey, Crazy. Wie geht's euch, Leute? Hey, wie geht's, Partner? Ja, nicht so übel, danke. Was läuft so, Bruder? Mach alles Mögliche, Alter. Hier, hört mal. Ja, okay. Lockdog hatte zwar nicht die schnellste Karre im Viertel, aber sie war zuverlässig bei Regen, Hagel oder Schnee. Hey, Leute, hört mal. Wollt ihr mal ne Leiche sehen? Ja! Warum nicht? Dann kommt! Ich hab euch ja gesagt, dass er tot ist. Oh Mann, wie der stinkt! Hey, die Frau hier! Hey, was haben wir denn denn da nicht? Hallo! Wie geht's, Kompeten? Wir sehen uns, okay. Hey, Ashtray, wenn du hier nichts aufreißt, wirst du noch mal als Jungfrau sterben. Mann. Hey, seht mal, die flippen ja ganz schön aus, was? Hey, es sind jede Menge Weiber, da darfst du doch was drauf, ne? Ich stelle dir ein, so über meine nurischen Prinzessinnen zu sprechen. Ach, sei nicht so respektlos, ihr seid... Oh mein Gott, die Mutter von Mekka in ihrer Herrlichkeit steht vor mir. Täuschen mich meine müden Augen oder sehe ich die unvergleichliche Göttin Isis höchstselbst? Kannst du, äh, kannst du mir einen Gefallen tun, mein braunhäutiger Engel? Kannst du das weiße Mädchen dort für mich anstupsen? Meine Milch aus Magnesium. Oh, oh, nachdem der Teufel dich schuf, hat er die Form zerbrochen. Naja, vielleicht können wir beide uns ein wenig dem Dschungelfieber hingeben, haha. Wie ist für alle meine toten Kumpels auf euch, Jungs. Macht's gut. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Doshiki sah. Sie war hübsch genug, um schwarze Schönheit der Woche zu werden. Hey, 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 Locke, Locke, komm mal her, hm? Was gibt's? Hey Mann, wer ist die hübsche Kleine da drüben? Oh, das ist Doshiki. Hey, lass die Pfoten von hier, die hat hier schon jeder gebumst. Schuh, die hat mehr Kinder als Miss Waynes. Mist. Äh. Außerdem ist sie Toothpicks Ex-Braut, du willst doch nicht den Schrott von dem Kerl. Toothpick hatte sich so sehr daran gewöhnt, im Knast zu sitzen, dass er selbst draußen so lebte, als wäre er noch drin. Gib mal her, gib schon her, hey, unten lassen, unten lassen. Halt's sehen. Knochentest, dein Knochentest! Fünf Dollar, Pauschbiel, fünf Dollar. Ich hab dich ja wieder abgesebelt. Die Mäuse raus. Wie hoch ist der Einsatz? Fünf Dollar, du Penner. Oh, ich hab fünf, ja klar. Na, ne. Hier, bitte. Bitte. Was? Ist meine Kohle nicht okay? Wisst ihr, wie viel Streuselkuchen ich dafür bekomme? Hm? Wie viel Schokoladenriegel? Wie viel Stück Seife? Gib mir meine Karten, gib mir meine verdammten Karten! Da los, da los, da los! Hör auf, Mann! Scheiße. Hallo? Sie will nicht. Warum verschwendest du deine Zeit mit der Tussi? Du brauchst eine, die, ähm, ein bisschen mehr Klasse hat. Eine, die du zu deiner Stiefmutter mitnehmen kannst, verstehst du? Such dir eine richtige Frau. Hm. Da ist eine richtige Frau. Hey, Trey, siehst du die Braut da drüben? Ja, sicher. Hm? Das ist eine Lady. Ich wette, ich krieg ihre Nummer. Nigger, du kriegst von keiner eine Nummer. Wart's ab, du Schwachkopf. Hallo, Schätzchen. Okay, mach keine Zicken und gib mir deine dämliche Nummer. Mach schon! Los, Beeilung! Na, wird's bald. Wer damit? Cool, cool, cool. Also, ähm, ich ruf dich dann so um fünf an, okay? Ist das klar? Ja, ja, ja. Sehr gut, Schätzchen. Pass auf dich, Affen. Ich hab dir doch gesagt, ich krieg ihre Nummer. Oh, oh, oh. Äh. Hi, schönes Kind. Ach, bitte. Hey, Mister! Was gibt's, kleiner Mann? Äh, sie versuchen gerade, meine Mama anzubaggern. Blödchen, nein, kleiner Mann. Ich wollte nur... Gebt Ihnen einen Dollar und ich lass' euch in Ruhe. Niedlich, der Kleine. Äh, übrigens, mein Name ist Ashtray. Und ich heiß' da Shiki. Das ist so Heli und heißt, wie's die Hunde tun. Oh, hübscher Name. Das sind meine Kinder. Hallo, alle zusammen. Also, Kinder. Was sagt man, wenn man einem netten Mann begegnet? Bist du mein Daddy? Oh, ich wollte nur sagen, dass ich gern mit dir ausgehen würde. Äh? Mit dir und deinen Kindern. Das klingt gut, aber ich werde in ein paar Tagen aus dem Viertel wegziehen. Ehrlich? Weißt du, ich kann's kaum erwarten, dass ich hier rauskomme. Hör mal zu. Äh, ich hab dich zwar gerade erst kennengelernt, aber du kannst gerne mitkommen. Ich brauch' jemanden, der mir hilft, die ganzen Windeln zu wechseln. Ist das alles die Windeln? Ich hab' meinem Vater früher andauernd die Windeln gewechselt. Das ist gar nichts. Hör zu. Du denkst mal drüber nach, okay? Und wenn du's ernst meinst, sag mir Bescheid. Hey, ist das nicht der Schicki, die da drüben diesen Penner abknutscht? Hm? Ehrlich, da drüben. Sieh's dir an. Ja, oh, verdammt. Ich sollte das Arschloch sofort aufschlitzen. Oh, Pic, bleib auf dem Teppich, ja? Ach, die Sache ist längst gegessen. Bring doch mal nach, Nigga. Du bist jetzt fünf Jahre im Knast gewesen. Mann, das waren doch nur 1825 Tage. Sechs Stunden und 13 Minuten. Sie hätte warten können. Ja, ja, wie auch immer. Du willst doch nicht wieder im Knast landen. Ach, Mann, ich hab' keine Angst vorm Knast. Was soll der Schwachse? Du redest ja wie ne Memme. Ne Memme? Ich hab' keine Angst vor der Zelle. Scheiße, Mann, es ist mir völlig egal, wenn ich wieder in den Knast muss. Bring mich doch in den Knast. Bring mich doch in den Knast. Sperrt mich ein. Sperrt mich ein. Schmeißt den Schlüssel weg. Schmeißt den Schlüssel weg. Ich würde noch ein Arsch ficken. 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 Oh nein. Der ist ja verrückt geworden. Ich mach mich vom Acker. Da stehst du allein, Bruder. Ach, kommt schon, Leute. Ihr seid noch nie mit einem Mann unter der Dusche gewesen und habt gesehen, wie das Seifenwasser seine Arschrötze runterläuft. Und na ja, na ja, und dann, na ja, und dann, na ja, und dann. Angeschmiert, oh Mann. Das war nur ein Witz. Ich hab euch angeschmiert. Puh. Puh. Los kommt, wir verschwinden. Okay. Tja, normalerweise küss ich nicht so, wenn ich jemanden zum ersten Mal treffe. Aber du bist was Besonderes. Äh, wie heißt du noch mal? Zigarette? Äh, Ashtray. Ja, Ashtray. Na kommt's, Kinder. Ey, Dumpfbacke. Ist dir klar, dass du gerade jeden Nigger abgeknutscht hast? Los, komm mit. Ich muss runter zum Laden Nachschub holen. Okay, ja. Vielen, vielen Dank. Wuh. Also, die da ist wirklich was Besonderes. Warum erzählst du den ganzen Quatsch über die Weißen und und reißt dann weiße Frauen auf, du Idiot? Weißt du, ich will nur das mit weißen Mädchen tun, was der weiße Mann seit 400 Jahren mit uns getan hat. Ja, und das wäre? Sie haben das Kreuz wegen. Andy Joe. Oh, du bist cool. Du bist cool. Ja, ja, ein herrlicher Anblick. Das ist mein Lieblingsladen. Hey, ich geh jetzt da rein und besorg mir ein feines Likörchen. Düst du darüber und hol ein paar Paprika-Chips. Oh, krieg ich das Wechselgeld? Du spinnst wohl, das sind 10 Dollar, du Halsabschneider. Bring mir ja den Rest zurück. Tch, blöd, Mann. Na, wie geht's? Du alte Pappnase! Hey, stopp. Haben wir ein Problem, Toothpick? Ich fragte, haben wir ein Problem? Oh, ja, wir haben ein Problem. Hier, Mann. Ah, ja, eigentlich ist das euer Problem. Okay, wir spielen ein kleines Spiel. Ich hab gefragt. Und lasst euch hinten nicht mehr blicken. Los, Trey, bewegt deinen Arsch hierher. Hallo? Hey, Mann, hast du mich gescrollt? Ja, bist du soweit? Ja, kann losgehen. Bis gleich. Ich schau Ihnen auf die Finger. Schnell kaufen und bezahlen. Schnell kaufen und bezahlen. Schnell kaufen und bezahlen. Pass bloß auf! Hey, 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 Sie! Sie haben was verloren. Hey, pass bloß auf! Ich mach dich fertig! Oha! Yeah! Dir zeig ich's noch. Gib mir mein Geld wieder. Oh, klasse! Schokoriegel. Hey, Miss Reißpreiser! Hey, ich rede mit dir! Was kostet der Schokoriegel? Fünf Dollar! Was? Für fünf Dollar krieg ich aber noch einen geblasen und ein paar nette Worte wie ich liebe dich oder so. Sie nicht wollen, Sie nicht kaufen! Hey, hör zu! Wir zahlen nur für die Chips und das Eis, okay? Scheiße. Komm, wir verziehen uns, bevor mich diese Leute noch zum Wahnsinn treiben. Hey, hör auf, so an dem Eis zu lecken, sonst stelle ich dich an die nächste Ecke und mach Kohle mit dir. Ihre Mutter tut mir wirklich leid. Was sagst du über meine Mama? Hm? Ich will kein Alge haben! Verzieht euch! Geht heim! Kommt nie wieder! Was hast du über meine Mama gesagt? Jetzt pass mal auf! Was kaputt? Sie bezahlen! Kohle fünf Dollar! Nein, Locke, was machst du da? Komm, wir aufhauen! Ah, Essiggurken! Zehn Dollar! Gib mir so Papa ein Geld! Her damit! Gib mir mein Geld sofort her damit! Gib mir... Oh nein! Wer verrückt geworden hält? 1995, Sonnenangebot, los! Hey, Locke, hast du einen Knall? Was zum Teufel hast du getan? Das war ich nicht. Ich habe niemandem was getan. Fang! Er wieder! Schönen Tag noch! Ach ja! Er ist klasse! Los, komm, Trey! Wir verschwinden hier! Los, komm, Trey! Hey, sieh dir mal den Piondächter an! Wie läuft's, Nigga? Oh, nicht übel. Was ist, Oma? Sag deinem Daddy, er soll nicht scornen! Alles klar. Nichts anbrennen lassen, Oma. Hm, Friede! Ja, ja, es ist mir klar, es ist mir sonnenklar, dass das hin und wieder einige von euch Frauen sehr heiß werden, ihr werdet scharf, ja, und hin und wieder werdet ihr heiß und scharf. Ich will, dass ihr Folgendes tut, wenn euch so heiß wird und ihr ein wenig Erleuchterung braucht. Ich will, dass ihr, ich will, dass ihr mich anruft. Schön, Sie heute hier zu sehen, Gloria. Es ist auch schön, Sie zu sehen, Miss Williams. Alte Ziege. Sein einzigen Sohn. Genau. Es einfach tun, Abraham stellt auch keine Vorliebe. Dankeschön, Baby. Und genau das erwartet Gott auch von seiner Herde, hier in der großen Ebenitza, Wiederauferstehungs-Lebensbaum-Glaubensgemeinde, die nun wahrlich eins ist mit der auf der Straße nach Jericho-Missionars-Baptist-Methodisten-Kerze-Vanzia. Wenn ich Mount Calvary sage, könnt ihr mich dann alle hören. Predigen Sie weiter! Ja, ihr soll weitermachen! Wisst ihr, wisst ihr, was der Herr von euch erwartet? Was er von euch will, ja, vielen unter euch ist, ist es klar, dass... Dass der Herr will, dass ihr jetzt seiner Kirche großzügig spendet. Amen. Stellt keine Fragen, fragt nicht warum. Ho, 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 und weshalb der Pastor unbedingt ein neues Haus haben muss. Ho, oder warum, ho, ho, der Pastor ein schönes Auto haben muss. Ho, fragt nicht, ich sage euch, fragt nicht, ich sage... Stellt keine... Keine Fragen, ja, gebt einfach Geld. Bruder Diakon, reichen Sie den Sammeltriller auf der Seite rum. Nigger, gib ihn auf der Seite weiter. Hm. Unser Chor wird euch jetzt mit einer kleinen Darbietung erfreuen. Ich spüre den Heiligen Geist. Oh, 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 oh. Ja, ich spüre ihn auch. Oh, ja. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, ho, oh, oh, oh. Oh Freak out, freak out, what'd you do? Eat out! Oh, but niggit, baby, get busy, butt naked, get busy, butt naked, baby, get busy, butt naked, get busy, come on! Freak it out, freak it out now, freak it out, freak it out, freak it out now, freak it out, freak it out, freak it out now, freak it out, freak it out, freak it out now, freak it out! Sag mal, Malik, wie war das eigentlich? Dein erster Tag auf dem College. Ah, das ist doch nichts Tolles. Nächstes Jahr bist du auch da. Naja, weißt du, ich hab auch schon an sowas gedacht. Hier. Danke, Bruder, herzlichen Dank. Hey, hey! Logdog, hör auf rumzublödeln und mach lieber deinen Abschluss, sonst endest du noch wie der Typ da hinten. Hier, für dich, Bruder. Danke. Bitte. Hör mal, Malik, ich komm schon durch, ich krieg einen Job. Ich hab gehört, dass sie bei B&M Models Leute einstellen. Komm doch mit, Trey. Ah, heute nicht, Log. Ich muss meinen Führerschein machen. I know the day is dim. Chances may be slim. Hold on, do what you believe. So, dann wären wir Jungs. Der Schuppen sieht gar nicht so übel aus, kann man echt lassen. Ja, es geht so. Ach, ich bin sicher, der lässt sich's aushalten. Hier tut sich bestimmt eine Menge. Bis bald, Mann. Okay, Kumpel. Bleib dran. Alles klar. Komm her. Okay. Schluss mit dem sentimentalen Zeug. Hey, Malik. Vergiss uns nicht, Baby. Keine Bange, Baby. Baby? Malik ist der Erste aus dem Viertel, der aufs College geht. Ja. Endlich wird's einer aus unserem Viertel schaffen. Ja. Treffer! Hallo? Ich bin Mr. Walker. Ich werde heute Ihr Prüfer sein. Legen Sie den Gurt an, überprüfen Sie die Spiegel, fangen wir an. Okay. Okay. Biegen Sie rechts ab, gleich hier. Und, äh, an der nächsten links, bitte. Haken Sie da. Bleiben Sie hier. Fahre los, du Penner, gib Gas! Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank, Mr. Sie hören von uns. Ja. Guten Tag. Oh. Hi. Ja, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich höre, Sie stellen Nigger ein. Was läuft? Oh ja, ähm, äh, würden Sie bitte dieses Formular ausfüllen? Ja. Oh, mal schreiben, Schöße. Mit einem Weißen würdet ihr sowas nicht machen. Ja. Tja, wissen Sie, eigentlich stamm ich von der Ostküste. Aber nach meiner Magister brauchte ich eine Luftveränderung. Tja, jetzt bin ich hier. Ich hatte es satt, auch Daddys Kosten zu leben. Naja, mit meiner Ausbildung durfte es ja nicht mehr... Alter... 19. Größe... Schlappe 1,90 Meister. Name des Vaters? Kein Schimmer. Männlich? Und weniger. Gehaltsvorstellung? Drei Millionen Dollar. Bar. Wissen Sie, auf einer Elite-Uni gewesen zu sein, ist wirklich ein Pluspunkt. Ich war fünf Jahre in Harvard. Ehrlich? Ich war gerade sechs Monate im Knast? Ist der schon mal ein Typ an die Wäsche gegangen? Bist du schon mal von einem Typ vernascht worden? Pass auf, er sieht den Aufseher kommen, also versteckt er dich. Du weißt haargenau, dass er bei dir einfahren wird und du hast keine Chance. Ist das nicht zum Kotzen, wenn sowas läuft? Mr. Lockdog? Mr. Lockdog? Was bin ich? Ich bin das. Sie sind der Nächste. Mr. Lockdog? Ich bin für dich da, Kumpel, komm her. Alles klar. Das freut mich. Energisch aufstrebend. Ja, das gefällt mir. Ja, folgen Sie mir bitte, Mr. Lockdog. Oh. Lassen Sie mich das weglegen. So, mal sehen. Sehr interessant. Wie ich sehe, sind Ihre Hobbys Trinken, Marihuana rauchen und jegliche Art von Schwachsinn. Ja. Können Sie Auto fahren? Mit oder ohne Parkkralle? Ist egal. Tja, herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Job bekommen. Hey, wo sind die Sicherheitsgurte? Keine Bange. Die werden nicht nötig sein. Und wie funktioniert das Radio? Wow, geil, nochmal. Vorwärts. Ja. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du bist kein Gegner für mich. Jetzt mach ich dich fertig, du Dünnbrettbohrer. Was ist das? Das ist meine Knarre, du Schwachkopf. Wo hast du gelernt, mit so einem Ding umzugehen? Zeichentrick und Ghetto-Filme. Durack. Weißt du nicht, dass du und ich zu einer bedrohten Art gehören? Wieso? Weil wir männliche Schwarze sind? Nein, weil uns die ganzen Rapper all die guten Filmrollen wegschnappen. Durack. Eine Waffe zu besitzen, gibt dir überhaupt keine Macht. Weißt du, wo die wirkliche Macht steckt? In den Kugeln. Nein. In den Büchern. Verstehst du? Durack. Der Verstand ist wie eine Waffe. Und den musst du ganz einfach mit, äh, mit winzigen, klitzekleinen Kugeln voller Wissen aufladen. Okay? Botschaft! Hey. Was machst du da? Ich will ein Gedicht schreiben. Weißt du, meine Lyrik hilft mir der grausamen Realität des Lebens im Ghetto zu entfliehen. Ah, das ist tiefsinnig. Hey, kannst du mir eins vorlesen? Okay. Lass mich mal sehen. Das da. Die Liebe ist bei weitem das wohl kostbarste Gut auf Erden. Sie ist wie der liebliche Duft einer Rose oder gar Mutter zu werden. Sie lieben mich. Sie verlassen mich. Das ist der traurige Alltag meines Lebens. Aber jetzt hab ich mir ein Fleischermesser gekauft und darum wird es so etwas nie mehr geben. Ja, und dem nächsten Mann, der vorgibt mich zu lieben und mich schon nach ein paar Wochen verlässt, mhm, werd ich die Eier abschneiden. Ich geb dem Flachwichser den Rest. Ich werd den Ampelmann abknallen. Ich werd ihn umlegen. Ich werd die verdammte Wichsnase abstechen. Der verarscht mich nicht. Nein. Ja, ich werd die Hinterhaltigerate gleich überfahren. Der Kotzbrockenverscheiß hat nämlich die falsche Mutter, okay? Nein, nicht mit mir. Ich werd den verdammten Arschloch abschneiden. Baby, 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 Baby. Ich weiß, was du meinst. Ja. Es hat dir gefallen. Es war wirklich ergreifend. Ich meine, es hat mich wirklich in meinem Tiefsten berührt. Hör zu, du wartest schon hier. Und wie ich warte. Psst, komm mal her. Der Schicki war sexuell wesentlich erfahrener als ich. Sie brachte mir alles über das Vorspiel bei. Bis dahin hatte ich noch nie ein Vorspiel gemacht. Andererseits, wer braucht beim Wichsen schon ein Wichsen? Und wie auch ein Vorspiel? Warte, warte. A hundred million dollar treasure. I'll give the world to make you mine. I'll put a string of pearls right in your hand. Oh nein, du Blödmann. Das ist das Mittagessen für die Kleinen. 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 Wann bist du eng? Falsches Loch, du Idiot. Oh, Moment mal. Ich konnte nicht glauben, was mit mir geschah. Ich verlor meine Jungfräulichkeit mit der Frau meiner Träume. Löst da Schweinereien in mein Ohr. Oh, ich komme! Was hast du gesagt? Vergiss es. Ich sag's dir, wenn ich aufwache. Oh, volle Kröcke, Mist. Ashtray, wach auf! Was gibt's, Baby? Ich muss dir was sagen. Was ist denn? Ich bin schwanger. Jetzt schon? Bist du sicher? Ich hab sieben Kinder, Tray. Ich glaub, ich weiß, wovon ich spreche. Schicki, ich bin noch nicht so weit, Vater zu sein. Ach ja? Du bist manns genug, in mir zu kommen, aber du bist nicht manns genug, dich um das zu kümmern, was danach kommt. Meine Nägel müssen gemacht werden, meine Haare, meine Miete muss bezahlt werden und ich brauch ein neues Auto. Weißt du was? Du bist nichts anderes als ein kleiner Junge. Du denkst wohl, dass ich dich nur flachlegen wollte. Es gibt auch noch sowas wie Gefühle. Davon rede ich doch überhaupt nicht, Ashtray. Im Moment will ich nur eins. Raus hier! Verschwinde aus meinem Schwett! Verschwinde aus meinem Haus! Raus hier! Und nimm deine scheiß Klamotten mit! Und füllst du aus! Ich will dich nicht mehr sehen! Ich will nichts mehr von dir hören! Hey, Moment mal! Nimm deine Drecksfett mit! Warte! Hey, da Schicki, was soll der Quatsch? Hey, das ist nicht meine... Verpiss dich aus meinem Haus! Bestellung! Hör mal, Alter. Der Schicki ist schwanger. Ah, der Schicki wurde schwanger geboren. Was gibt's denn sonst Neues? Was es sonst Neues gibt? Es ist von mir! Hey, bist du auch sicher? Sie sagte, ich war der Einzige, mit dem sie in den letzten 20 Minuten zusammen war. So Mist! Ja! Und du glaubst dir, hm? Hier, du Trampel. Ach, ich meine Kumpel. Das macht 10,38. Wasch dir endlich mal die Pfoten. Tja, und was willst du jetzt machen, Trey? Keine Ahnung. Ich überlege, ob ich mit dir wegziehen soll. Was? Oh, du Idiot. Hör mal zu. Ich will dir mal was sagen. Du kannst das Schicki aus dem Viertel bringen. Aber du kannst das Viertel nicht aus der Schicki bringen. Hm? Oh, verdammt. Die Bullen. Hey, ihr da. Kommt aus dem Wagen raus und hebt die Hände hoch. Steht auf einem Bein. Berührt mit eurem Zeigefinger eure Nasenspitze. Reibt euch den Bauch mit kreisförmigen Bewegungen und klopft euch dabei auf den Kopf, während ihr vortragt Zicke-Zacke-Hühnerkacke. Zicke-Zacke-Hühnerkacke. Position einnehmen und Woke. Und jetzt kommt hübsch langsam auf den Wagen zu. Zentrale an Wagen zu holen. Überfall auf Willis Bar. Ecke 10. und 31. Täter sind mit Tageseinnahmen entkommen. Zwei Verletzte. Krankenwagen ist unterwegs. Ich wiederhole. Überfall auf Willis Bar. Ecke 10. und 31. Täter sind mit Tageseinnahmen entkommen. Zwei Verletzte. Krankenwagen ist unterwegs. Bitte übernehmen. Wir haben überhaupt nichts getan. Was? Du meinst wohl, du bist tough? Jetzt bist du nicht mehr so tough, kleiner Nigger. Ich hasse euch, schwarze Scheißkerle. Ihr stinkt. Ich hasse deine schwarze Haut. Ich hasse deine schwarzen Hosen. Ich hasse schwarzen Pfeffer. Ich hasse die schwarzen Tasten auf dem Klavier. Ich hasse mein Zahnfleisch, weil es schwarz ist. Ich hasse Whoopi Goldbergs Lippen. Ja, und ich hasse Forrest Whitakers Eierschädel. Aber am meisten, kleiner, hasse ich diesen schwarzen Affen. Arschwässler des Knipes. Los, vorwärts! Los, bewegt euch! Kommen Sie! Wir wurden verhaftet, weil wir an einem Freitagabend schwarze waren. Na komm, ich will auch nach Hause, okay? So. Das war ein kleindelig, daher dachte ich, dass wir gleich wieder rauskommen würden. Ja, 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 ja. Okay, rein mit dir. Na Abend, Bruder. Was gibt's? Schweingefällig, Bruder? Oh, nein, danke. Ich möchte mal was sagen. Wenn du einen Mann schlägst, wird er sich irgendwann davon erholen. Und wenn du einen Mann bestierst, kannst du ihm ersetzen, was du einst hast gestohlen. Aber wandle allzeit über das Grüne und nimmer da dazwischen. Denn der Ehrenwerte, Elasia, Mohammed, Ali, schwebt wie ein Schmetterling und sticht wie eine Briege. Bei dem Gedanken, auch nur eine Minute länger bei diesem Farrakhan-Verschnitt verbringen zu müssen, schwor ich mir nie wieder in den Bau zu gehen. Oh Mann, bin ich froh, sie zu sehen. Und vergiss nicht, mein Bruder, ein Fisch, zwei Fisch, Rotfisch, Blaufisch. Schicke, zacke, Mäuse, Kacke, hau dem Hund eins auf die Backe. 2000, ja, Party, ups, keine Zeit, ich glaub, ein Speck ist soweit. Hallo, Toospeak. Wie steht's? Alles bereit, um den Arsch aufzunehmen. Ziehen wir's durch, Aldog. Was ist, Sportsfreund? Bist du dafür bereit? Ja, Mann, ich bin bereit. Viel Glück. Danke. Du bist jetzt schon eine ganze Weile mit unserer Gang unterwegs. Es wird Zeit, dass du wirklich einer von uns wirst. Allerdings, ich sag dir mal was, wenn du in dieser Welt nicht schwimmen kannst... ...must du zwangsläufig absaufen. Ja. Und wenn du fällst, musst du deinen Scheißarsch wieder hochkriegen. Stimmt. Hört mal her, Leute! Geht bloß nicht zimperlich mit ihm um! Er gehört euch, Jungs. Na los. Fang an, Dock. Ich muss mal wieder zum Zocken. Ich brauch dringend Kohle. Na, da kenn ich noch so einen. Ja, ich auch. Na, irgendeinen Blödmann werden wir schon finden. Was machst du dann mit der Knete? Na ja, einen drauf machen. Das würd ich auch gerne... Hey, hey! Wer von euch ist Ashtray? Was ist, Meister? Ich hab gehört, du hast die Braut von meinem Freund Toothpick geschwängert. Was, ich? Ja, du. Hey, Bruder, weißt du... Was ist? Ich will keinen Zoff, Mann. Ich helfe Crazy Legs, weil... Oh, hör mal, du scheinst mich nicht ganz verstanden zu haben, Partner. Hey, Trey, Trey, lass mich das wie ein Gentleman regeln, okay? Na, mal zu, Mann. Mein Kumpel sagt, er will keinen Zoff, verstehst du? Hey, Sean, komm her! Jetzt mach ich Hackfleisch aus dir! Mach ich Arschloch! Mach ihn dann hier! Du wirst uns nicht mehr auf den Zeiger gehen, du Kotzefrocken! Klar, es reicht! Lass auch schon mal rein zum Breach! Juhu! Ah, tolle David! Und dafür gebe ich eine Acht! Mach ihn zum Krüppel! Mach ihn zum Krüppel! Ja! Ja! Nachdem wir einen von Toothpicks Jungs platt gemacht hatten, wussten wir, dass wir Verstärkung brauchten. Also gingen wir rüber zu unserem Kumpel Oldschool. Kamalock, bist du sicher, dass der Typ uns helfen wird? Hey, ich erzähl dir mal was über Oldschool, okay? Er ist hier der gefährlichste Gangster im Viertel. So, ihr Gartenzwerge, jetzt spart mal die Ohren auf. Ich bin schon eine halbe Ewigkeit hier im Viertel. Ich hab ne Menge gesehen, versteht ihr? Ich hab die Straßenkämpfe und Bandenkriege überlebt. Und wisst ihr auch wie? Sag schon. Indem ich den Schwanz nicht einzucke und meine Kumpels mir den Rücken freiheben. Ehrlich! Also lasst euch von niemandem blöd kommen, okay? Ja! Ja, macht's so wie ich! Lasst euch von niemandem irgendeinen Rotz gefallen! Yeah, Oldschool! Bartholomew? Bartholomew? Komm her, Junge! Oh, scheiße! Was hast du gesagt, mein Junge? Äh, ich hab gesagt, oh, schieß los, Mann! Schieß los! Hab ich nicht gesagt, du sollst dein Zimmer aufräumen? Oh, Mann, bitte versteh doch, die Gang braucht mich. Ich bin ja Anführer. Das nennst du ne Gang? Du gehst jetzt rein und räumst in den nächsten zehn Minuten dein Zimmer auf. Wenn dich Gips ärgert, dann latschst du die Straße mit drei Schuhen runter. Zwei an deinen Füßen und eine an deinem Arsch, du Schwätzer. Danke, Mama. Hey, was ist, kommst du jetzt mit? Ich kann nicht. Wieso nicht? Oh, die Bullen sind hier auf den Fersen, hä? Nein, äh, Mama hat mir Hausarrest gegeben, ich darf die Veranda nicht verlassen. Oh, Mann! Gut, dann kontrollieren wir die eben auch. Hey, das ist ein prima Laufgestell, Lady, her damit! Los, umdrehen! Bisschen, Dalli, los, her damit! Oh, Mann, es wird höchste Zeit, dass ich hier abhaue. Ach, du weißt schon. Was redest du da für ein Mist? Das Viertel verlassen. Mann, das ist unser trautes Heim. Ich liebe den Geruch von Pulverrauch am Morgen. Weißt du, Locke, wenigstens hat Ashtray einen Traum. Das ist mehr, als ich von der Hälfte der Jungs hier sagen kann. Was ist Vince Fuse? Hast du auch einen Traum? Ja, ich hab einen Traum. Ja, ich hab einen Traum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hör zu, ich nehme meine Kinder und sie weg aus dem Viertel. Ich wollte nur, dass sie ihren Daddys Auf Wiedersehen sagen. Gib mir den neuen. Bist ein guter Bruder, Trey. Ja, und ich? Ich bin schon ewig hinter Gittern, Mann. Ja, und manchmal fühle ich mich wie ein eingesperrtes Tier. Warum hast du mich eigentlich niemals besucht, Mann? Nigga, ich kenne dich nicht. Oh ja? Du kennst mich nicht, stimmt, ist richtig. Hey, hör mal zu, Trey. Bring meinem Sohn bei, ein Mann zu werden. Ein richtiger Mann. Mach's gut. Hey, look. Na, wie geht's? Danke. Hey, hast du alles bekommen? Ja, sicher. Cool. Und, krieg ich auch ne Prise? Oh Mann, du hast doch selber genug, oder? Ja, klar. Los, raus, verschwinde. Nimm bitte. Ich komme jetzt mit dem Bum Rush. Ja, ich bin jetzt mit dem Bum Rush. Ja, ich bin jetzt mit dem Bum Rush. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Hör mit dem Gewinsel auf. Du bist schon seit fünf Jahren querschnittsgelähmt. Ach ja. Mach dir keine Sorgen, Mann. Wenn wir diesen Toothpick finden, legen wir ihn oben. Nein! Wir müssen diesem Verbrechen von Schwarzen an Schwarzen ein Ende machen. Wir brauchen einen Waffenstillstand. Und was war, als du Byron abgeknallt hast? War das kein Verbrechen zwischen Schwarzen? Ja. Nein. Byron war hellhäutig. Ja, stimmt. Hey, gehst du jetzt auf diese Party? Ja. Und wirst du da etwas trinken? Na, ein bisschen was schon. Ich sag dir jetzt mal was über Alkohol am Steuer. Das macht einen Riesenspaß, Mann. Also als erstes zischst du ein paar Bierchen, okay? Dann bretterst du auf den Highway. Boom. Ja, genau, 140. Dann machst du die Lichter aus und lässt das Lenkrad los. Wow, da flippst du volles Rohr aus. Das musst du unbedingt mal probieren. Oh ja, das mache ich. Geile Sache. Hey, wieso lädst du mich nicht zu dieser Party ein? Och, ich bitte dich, Papp. Du weißt doch, da muss man über 18 sein. Ach, Mist. Außerdem solltest du längst im Bett liegen. Schon die Zähne geputzt? Ja. Lass mal sehen. Nein. Ah, guter Junge. Okay, ich muss los. Okay. Hey, hey, hey. Wie wär's, wenn du mir noch schnell eine gute Nachtgeschichte vorliest? Wie in alten Zeiten. Na schön, aber nur eine. Ja, das reicht auch. Okay. Ja. So, dann wollen wir mal... Ach, die hier ist gut. Das ist die Geschichte von Dick und Mary. Mary liegt auf dem Bett und spreizt ihre geilen Schenkel. Dick schiebt seinen Riesenhammer in ihre wartende Vagina. Fick mich! Fick mich! Mary schreit wie verrückt. Dick legt ihr ein Kissen aufs Gesicht, weil sie so laut ist. Dick bearbeitet ihre geschwollene Öffnung weiter, bis er den Höhepunkt erreicht. Ah, ah, ich komme, ich spritze ab, ich komme! Ah, ah, ah! Und dann schläft er langsam ein. Gute Nacht, Paps. Domino, Nigga! Ja! Hey, Hallöchen, wie geht's, Leute? Hey, setz dir doch mal eine Verrücker auf, ich brauche unbedingt was zum Aufbocken. Hey, wie geht's, Mann, alles in Ordnung? Na, was ist, du Schweinebacke, alles in Butter? Wie geht's, Mann, schon gut besoffen? Der Hochbaum, Alter. Wer von euch hat den verdammten Stoff? Hast du ihn, Drecksack? Ich bitte dich, Schlock, wer soll ihn schon haben? Ich natürlich. Ja, Digga, mit der Dröhnungstüte, über den Wolken, ja, zick mal an. Komm, gib die Tüte mal her. So, dann wollen wir mal. Das hoffe ich. Los, zieh's dir rein, Digga, zieh's dir rein. Zieh's dir in deine Hohenschinnen rein, ja. Hey, scheint ja ganz schön heftig zu sein. Wow! Hey, Mann, der bekommt ja Krämpfe. Und wie hat er zu viel erwischt? Der hat ja Schaum vor den Mund. Hey, der ist tot. Yeah, gib sofort den Joy, der. Ja, da müde her mit dem Ding. Hey, 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 hey. Aha. Tja, siehst du, das habe ich gemeint, Schibambo. Oh, schon besser. Ja, die Nigga wollte den Foto für sich bereiten. Hey, Baby, willst du tanzen? Ja, natürlich, aber nicht mit dir. So ein Pech, so ein Pech, so ein Pech, so ein Pech. Hey, Kleine, wie geht's? Mein Name ist Lockdog. Und wie heißt du? Laquanda. Oh, wow, Laquanda. Hast du einen Freund? Nein, weißt du, weißt du, ich scheine die Männer immer einzuschüchtern, aber ich weiß nicht wieso. Tja, weißt du, ich kann schon verstehen, dass ein hübsches Mädchen wie du einen Mann krank machen kann. Oh, ich meine, nervös. Ich meine, es sollte schon wirklich ein besonderer Mann sein, der mit mir zusammen ist. Oh, alles klar. Ja, sicher. Ich werde ihn dir suchen. Hör mal, Kleine, du solltest ein bisschen langsamer machen. Du bist nicht mein Daddy und du zahlst auch keine von meinen Rechnungen. Kümmer dich um deinen Scheiß. Oh, das ist mein Song. Hi. Hi. Hi, mein Name ist Lockdog. Und wie heißt du? Kisha. Oh, Kisha. Bist du immer so schüchtern, Kisha? Tja, hör zu, was hältst du davon? Wir fahren jetzt zu mir und nehmen einen kleinen Schlimmertrunk. Ich weiß nicht. Ich hab dich gerade erst kennengelernt. Ey, Kleine, dieser Hund beißt nicht. Es sei denn, du willst es. Na gut. Na also, komm, gehen wir. Ach, das wird schon in Ordnung sein. Ja, da bin ich ganz sicher. Deine Mutter hat nichts dagegen. Baby, du liebst mich ja wirklich. Ach, das weißt du doch, Kleines. Kluck, 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 kluck. Ich sollte wirklich nichts trinken. Komm schon, Kisha. Das wird dir nicht schaden. Es ist nur so, wenn ich was trinke, werde ich manchmal ein bisschen verrückt. Genau, das will ich ja. Weißt du, du darfst nicht glauben, ich wäre eine Schlampe oder sowas ähnliches. Ich meine, ich gehe normalerweise nie mit einem Jungen nach Hause, den ich gerade erst kennengelernt habe. Ja, klar. Aber bei dir fühle ich mich einfach unheimlich wohl. Hey, 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 Kleines, das ist doch schön. Wann immer du bei mir bist, möchte ich, dass du dich entspannst und einfach du selbst bist. Du hast ja nur das eine im Sinn, Lockdog. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Hey, wow, 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 komm schon, Baby, komm schon, entspann dich, okay? Entspann dich, ja? Du musst nirgendwo hingehen. Du bist jetzt in guten Händen, Kleines. Denn Lockdog wird sich gut um dich kümmern, Baby. Ach, wirklich? Meinst du es ernst? Mhm. Ich möchte, dass du, dass du ganz du selbst bist, okay? Du weißt, ich könnte vielleicht etwas verrückt werden. Ja, werd verrückt, Kleines. Komm schon. Okay. Hey, du Flachwichser, lass uns mit Nummer schieben. Ah, oh, 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 oh. Ja, oh, oh, oh. Hey. Oh, nein, Ligger, du wirst nirgendwo hingehen. Ah, oh, 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 oh. In den, die, ah. Ah, frische Luft. Die frische Fische. Es geht doch nichts über den Tag im Grünen, ah, Papp? Papp, können wir von Teenager zu Teenager reden? Ich hab dieses Mädchen kennengelernt. Sie ist was Besonderes. Sie verlässt das Viertel in ein paar Tagen und ich hab überlegt, ob ich mitgehen soll. Wer ist dieses Mädchen? Ihr Name ist Dashiki. Dashiki? Dashiki, etwa dir aus der Pop-Allee? Ich bitte dich, Papps. Sag bloß nicht, dass du auch mit ihr gepennt hast. Oh, nein, 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 nichts dergleichen, mein Junge. Ich war nicht mit ihr in der Kiste. Sie konnte allerdings klasse Blasen. Was? Ach, nichts, mein Junge. Rät weiter. Erzähl mir mehr von ihr. Wie auch immer. Ich glaube, ich bin verliebt. Ja, und hast du sie schon flachgelegt? Ja. Moment. Hast du ein Kondom benutzt? Nein. Gut, ja, das ist mein Junge. Ich bin stolz auf dich. Hey, benutzt niemals ein Kondom. Die nehmen einem doch nur das ganze Gefühl weg. Ja, es ist nur so, sie ist jetzt schwanger. Was soll ich tun? Tja, Mann, hör zu. Ich will dir mal denselben Rat geben, den mir mein Vater gegeben hat. Gib die Hoffnung auf. Sie michern, Träume sind was für Idioten. Es gibt keine Zukunft für dich. Und bilde dir bloß nicht ein, einen Job zu bekommen, Trey. Denn für einen schwarzen Mann gibt es keinen Platz auf dem Arbeitsmarkt. Moment, damit ich das auch richtig sehe. Du willst also damit sagen, lass dich nicht in das System der Dauerarbeitslosigkeit des weißen Mannes verwickeln und versuche auf keinen Fall mit Sozialhilfe und Lebensmittelmarken zu überleben, stimmt's? Falsch, Mann, hör zu. Mit der Sozialhilfe ist überhaupt nichts verkehrt. Es ist Geld bar auf die Kralle. Naja, unsere Familie lebt seit sechs Generationen davon. Danke, Papp. Du findest immer die richtigen Worte. Ach, ich bin so stolz auf dich, Mann. Mein Sohn Trey hat eine Nummer geschoben. Ja. Hilf, Wicke, ich glaube, wir müssen da langfahren. Gib mir den Stadtplan, gib mir den Stadtplan. Los, mach schon. Mist, wird höchste Zeit, dass wir diesen Nick an die Fresse polieren. Verdammt, du Blinschleicher, sieh auf dem Stadtplan nach. Wir müssen hier rechts rum. Da geht lang. Ich hab nachgesehen, wir müssen gerade auf. Na los. Die passt. Na, mach schon. Na, los. Wie geht's, Locke? Hm, könnte besser sein. Ich kann's nicht fassen, dass du Saftsack doch noch das Viertel verlässt. Ja, birp, birp. Der Schicke und ich schließen den Bund fürs Leben. Du solltest dir aber lieber die Eileiter abbinden. Nein. Ach doch. Ich glaube, dass wir's schaffen werden. Hey, warum kommst du nicht mit uns? Was? In einem Postwagen durch die Gegend eiern? Mann, das ist die dämlichste Idee, die ich je gehört hab. Wie auch immer. Pass auf dich auf. Jetzt komm schon, Baby. Du redest mit Lockdog. Du weißt doch, ich komm immer klar. Shit. Hey, Trey. Eins vergiss niemand. Entweder sie wissen's nicht. Oder zeigen's nicht. Oder es ist ihnen einfach egal, dass sie eine Bedrohung für South Central sind, wenn sie ihren Fusel hier trinken. Das ist der Punkt, um den sie geht, Trey. Nur darum geht's, Bruder. Was zum Henker meint der Blödmann? Hey, was gibt's, kleiner Mann? Wie geht's dir, Kumpel? Wie geht's? Hey, willst du einen Schluck? Davon wachsen dir Haare an deinen kleinen Nüssen. Hey, Mann, du darfst dem Kind kein Alkohol geben. Hey, Nigger, du bist nicht sein Daddy. Bin ich nicht? Da schick ich, du Schlampe! Gebt mir sofort meine Alimente zurück! Ja, verstehe. Hey, was gibt's, kleiner Mann? Psst! Also, was ist jetzt? Was ist mit den Nutten heute Abend? Pass gut auf mein Baby auf, hm? Und meinen Wagen. Was? Komm schon, Trey, du weißt, ich verscheißer dich nur. Wie geht alles wieder, was in Sicht heute ist, Jungs! Jetzt ist Schluss! Auf, du! Pass auf, du blickiger! Und her, ist mir denn niemand? Ich rufe dich später an! Entschuldigung! Die Sklame, warte! Ist alles in Ordnung, Schneeflocke? Oh ja, mein tapferer Schokoladenkrieger! Du, Wreck! Kümmer dich um deine Mama! Ich mach euch fertig! Verzieht euch, ihr Flachwixer! Ist alles für dich, du Pisser! Hey, geh von meinem Wagen runter! Du bist sowieso im Arsch! Los, verzieh dich! Hey, Oma! Jetzt bist du hier, der Boss! Ach, fahr zur Hölle! Verdammt! Ashtray! Ich werde dich heiraten! Ich verspreche, aber bitte wach auf! Ich weiß, Schwester, ich weiß. Er wird dir sehr fehlen, ha? Da hast du verdammt recht! Wo finde ich sonst einen Matratzenhainz, der sich um mich und um meine sieben Kinder kümmert? Ashtray! Hör zu, Schwester, hör zu! Du bist eine starke afroamerikanische Frau! Und aus diesem Grund kann ich nicht mit dir zusammenleben! Oh, sieh dir das an! Ich muss mich wieder um eine weiße Schlappe kümmern! Oh, Ashtray! Wer ist hier ein Matratzenhainz kleines? Oh, du bist ja im Leben! Au! Oh! Oh Gott, warum tust du mir das an? Oh, ich halte es nicht aus! Ich ertrackte es nicht! Ich ertrackte es nicht! Oh, mein Baby! Oh, mein Baby! Oh! 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 Mama! Mama! Ich hab meinen Zahnstocher verschluckt, Mama! Oh, Baby, bist du okay? Also, wo ist das Geld, das du mir geschohlen hast, du mieser kleiner Ranofe? Gib mir mein Geld! Ich will mein Geld zurück! Ich schlag dich weg! Ich nehm mich, du bist scheiße! Wo ist mein Geld? Tja, das war meine Geschichte. Was der Schicki und mich betrifft, naja, wir haben geheiratet. Lockdog ist ins Show-Business gegangen. Begt euch ins Knie, lutscht meinen Schwanz und, äh, leckt meinen Arsch! Preach wurde ein braver Hausmann. Crazy Legs Traum, Tänzer zu werden, wurde schließlich doch noch wahr. Und was Oma betrifft, tja, sie ist eben immer noch Oma. Das ist vielleicht ein geiler Schütze. Das ist vielleicht ein Geiler Schmerz. Das ist vielleicht ein Geiler Schmerz. Bis zum nächsten Mal.